Hallo und herzlich willkommen bei Top Gadgets. Falls ihr es noch nicht wusstet, am 29. November ist wieder Black Friday. Dies bedeutet, dass an diesem Tag viele Produkte stark reduziert sind und man somit unglaublich günstige Schnäppchen machen kann. Um dies zu feiern, veranstaltet Amazon momentan vom 22. bis zum 29. November eine ganze Black Friday Woche. In dieser Woche werden 7 Tage lang täglich neue Angebote und Rabattaktionen auf Amazon präsentiert. Da es bei den ganzen Angeboten sein kann, dass man den Überblick verliert, wollen wir euch mit diesem Video auf die besten Black Week Deals aufmerksam machen. Alle vorgestellten Produkte sind, wie immer, auf Amazon verfügbar und in der Videobeschreibung verlinkt. Und nun wünschen wir euch viel Spaß beim Video. Das erste Angebot, auf das wir euch heute aufmerksam machen wollen, ist der Amazon Echo Dot, der dritten Generation. Im Gegensatz zur vorherigen Generation verfügt dieser Echo Dot über verbesserte Lautsprecher und ein komplett überarbeitetes Design. Beim Design wurde explizit darauf geachtet, dass der smarte Speaker optisch in quasi jede räumliche Umgebung hineinpasst. Zudem kann man mit dem Gadget Musik von allen bekannten Musikdiensten abspielen. Gesteuert wird der Echo Dot mit sprachlichen Kommandos. Somit kann man also mit Hilfe der eigenen Stimme das Licht einschalten, die Heizung regulieren und vieles mehr. So kann Alexa nämlich auch den Terminkalender checken, aktuelle Nachrichten präsentieren und verschiedene Timer stellen. Und weil sich Alexa durch die Cloud ständig aktualisiert, erhält das Gerät immer neue Funktionen. Normalerweise kostet der Amazon Echo Dot 47 Euro. Dank der Black Week ist dieser allerdings momentan bereits für 22 Euro zu bekommen. Ein weiterer guter Deal ist, dass man für insgesamt 37 statt eigentlich 90 Euro den Echo Dot und zwei weiße Philips Hue LED Lampen erhält. Wer sehr hohen Wert auf Soundqualität legt, ist vielleicht besser mit dem normalen Echo als mit dem Echo Dot beraten. Auch dieser ist momentan reduziert und kostet statt 100 Euro nur 65 Euro. Alle Angebote haben wir euch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Passend zu Amazon Echo wollen wir euch noch auf eine coole Aktion von Amazon aufmerksam machen. Momentan bekommt man nämlich 4 Monate Amazon Music Unlimited für nur 99 Cent. Bei Music Unlimited hat man Zugriff auf mehr als 50 Millionen Songs und kann zusätzlich die Fußball-Bundesliga live hören. Die Musikwiedergabe ist unbegrenzt, ohne Werbung und offline verfügbar. Den Link zu Music Unlimited findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Über das zweite Angebot werden sich sicher alle Playstation-Fans freuen. Die Rede ist von der 12-monatigen Playstation Plus Mitgliedschaft. Diese ist momentan nämlich statt für 60 für nur 45 Euro auf Amazon erhältlich. Neben der Funktion Online-Multiplayer-Games spielen zu können, bekommt man mit dem Playstation Plus auch exklusive Rabatte im Playstation Store, extra Cloud-Speicherkapazität und zwei kostenlose PS4-Spiele jeden Monat. Im aktuellen Monat, also im November 2019, sind die beiden Spiele Nioh und Outlast für alle Playstation-Plus-User kostenlos runterladbar. Bei Nioh handelt es sich um ein japanisches Action-Rollenspiel, wohingegen Outlast dem Genre Survival-Horror-Game zuzuordnen ist. Das nächste Produkt, das dank der Black Friday-Woche stark reduziert ist, ist die Videoklingel Ring. Sobald jemand die smarte Klingel drückt, erhält der Hausbesitzer eine Smartphone-Benachrichtigung. Wenn man möchte, kann man nun die Person, die vor der Tür steht, sehen, hören und mit dieser sogar sprechen. So ist es dank diesem Gadget möglich, kein Paket mehr zu verpassen, da man dem Pakethersteller einfach mitteilen kann, wohin er das besagte Paket legen soll. Da dieses Gadget über eine Bewegungserkennung, Infrarot-Nachtsichtfunktion und breit gefächerte Zonerfassung verfügt, ist die Ring-Türklingel das perfekte Mittel, um potenzielle Einbrecher abzuschrecken. Das Produkt bekommt die Stromversorgung entweder über ein herausnehmbares Akku-Pack oder durch eine Festverdrahtung an der bestehenden Türklingelverdrahtung für ununterbrochenes Laden. Die Klingel wird außerdem mit einem aufladbaren Akku-Pack geliefert. Falls Ring geklaut werden sollte, ersetzen die Hersteller das Produkt übrigens kostenlos. Das letzte Gadget, welches wir euch heute vorstellen wollen, ist der Amazon Fire TV Cube. Beim Fire TV Cube handelt es sich um den ersten 4K-Ultra-HD-Streaming-Media-Player mit Hands-Free-Alexa-Integration. So kann man beispielsweise durch die Stimme den Fernseher einschalten, kompatible Lampen dimmen oder das gewünschte Programm abspielen. Alexa schafft es dabei zuverlässig, alle Sprachbefehle, egal aus welcher Richtung sie stammen, wahrzunehmen. Ermöglicht wird dies durch die 8 integrierten Fernmikrofone. Der Hauptnutzen des Gadgets liegt in unseren Augen aber in der Streaming-Wiedergabe. Mit dem Fire TV Cube kann man nämlich Inhalte von Prime Video, Netflix, YouTube Pro 7, DAZN, Vaipu TV und weiteren Anbietern streamen. Allerdings wird natürlich bei einigen der besagten Dienste ein zusätzliches Abo benötigt. Zudem ermöglicht das Gadget mit seinem äußerst leistungsstarken Hexacore-Prozessor Zugriff auf 4K-Ultra-HD-Inhalte und unterstützt Dolby Vision, HDR und HDR10+. Dolby Atmos ist für ausgewählte Titel von Prime Video und Netflix verfügbar. Der Amazon Fire TV Cube kostet normalerweise 120 Euro. In der Black Friday Woche ist dieser allerdings auf 90 Euro reduziert. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und das waren unserer Meinung nach die coolsten Angebote in der Amazon Black Week. Habt ihr noch weitere Schnäppchen entdeckt oder teilt ihr unsere Auswahl? Wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt und hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Hier seht ihr nun zwei weitere Videos, die ihr euch gerne noch anschauen könnt. Vergesst außerdem nicht, dieses Video zu bewerten und unseren Kanal zu abonnieren. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf das nächste Mal. Ciao! 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 Vielen Dank.